Die Abwesenheit von Florian Neuhaus beim Training von Borussia Mönchengladbach zu Beginn dieser Woche stellt eine erhebliche Lücke im Mittelfeld der Mannschaft dar. Neuhaus, ein Spieler, der für sein ausgeprägtes technisches Können und seine taktische Intelligenz bekannt ist, ist ein wichtiger Teil von Gladbachs Spielplan. Aufgrund muskulärer Probleme konnte er jedoch am letzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig nicht teilnehmen und bleibt im Trainingsbetrieb fern. Neuhaus fehlte im letzten Duell schmerzlich, als die Borussia gegen Leipzig eine 0 zu 2 Niederlage hinnehmen musste. Seine Abwesenheit hat eine Lücke im Spielaufbau und im Übergang von der Verteidigung zum Angriff hinterlassen, Bereiche, in denen er normalerweise eine entscheidende Rolle spielt. Die Präzision seiner Pässe und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, sind Eigenschaften, die ihn zu einem unverzichtbaren Spieler für die Mannschaft machen. Allerdings herrscht im Verein Ungewissheit über die Schwere von Neuhaus Verletzung, sodass Trainerstab und Fans über seine längere Abwesenheit besorgt sind. Bisher gibt es keine klaren Informationen darüber, wann er wieder ins Training und in die Spiele zurückkehren kann. Seine Genesung hat oberste Priorität, da jeder erkennt, welchen Einfluss seine Anwesenheit auf die Leistung des Teams hat. Da sich Neuhaus auf seine Genesung konzentriert, ergibt sich für andere Spieler die Chance, eine wichtigere Rolle im Mittelfeld der Borussia zu übernehmen. Die Ersatzspieler haben während der Abwesenheit von Neuhaus die Chance, ihre Qualität unter Beweis zu stellen und zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Dies ist eine entscheidende Zeit für weniger eingesetzte Spieler, um ihren Wert zu zeigen und das Vertrauen des Trainerstabs zu gewinnen. Obwohl die Abwesenheit von Neuhaus eine Herausforderung für die Borussia darstellt, ist sie für die Mannschaft auch eine Chance, ihre Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit an widrige Situationen unter Beweis zu stellen. Die Fans von Borussia Mönchengladbach werden Neuhaus sicherlich vermissen, sind aber auch gespannt, wie die Mannschaft mit seiner Abwesenheit umgehen wird. Es ist Zeit, das Team zu unterstützen und in dieser herausfordernden Zeit positiv zu bleiben. Ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus!